Es braucht eine Politik, eine nationale Strategie, damit wirklich alle mitziehen können und wissen, dass diese elementare Grundlage für Kinder entscheidend ist für ein ganzes Leben. Das betrifft die Arbeitswelt, das betrifft das Soziale, es betrifft aber den Menschen insbesondere, nämlich dass jeder Mensch, wenn er gute Voraussetzungen hat, einen schönen Weg gehen kann. Und wir haben in unserem Land so tolle Beispiele von, sagen wir, Sekundos, die eben, weil sie eine gute Bildung hatten, weil die Eltern nahe dran waren, dass sie einen wunderbaren Weg machen können und dass das unserem Land gut tut. Ich bin Ready-Botschafter, weil ich als Präsident der Sozialdirektorenkonferenz der Schweiz doch ein gewisses Gewicht habe in den Fragen Soziales und jetzt insbesondere im Bereich frühe Förderung, weil das große soziale Aspekte hat und weil wir uns schon eigentlich Jahre jetzt nun mit diesem Thema befassen.